ja zusammengefasst also das soll jetzt schon wieder ja ne zusammengefasst soll das jetzt im video werden was fand ich gut was fand ich weniger gut an diesem notebook beziehungsweise was finde ich gut was finde ich weniger gut ich habe das jetzt wenig strukturiert ich mache das jetzt alle spontan deswegen sind jetzt die guten punkte und die schlechten punkte durcheinander gewürfelt nehme ich sogar an also ich werde das sagen was mir gerade einfällt während ich so durchgehe kann jetzt sagen dass mir da was einfällt was vor so nicht ganz klar war genau da fange ich aber erst mal an mit den offensichtlichen sachen was ist gut an diesem notebook und das ist absolut die verarbeitung ich glaube die kiss hier noch zu machten absolut super super top eindruck also da behaupte ich sogar hat also das ganze arbeit geleistet das also das notebook ist top verarbeitet es handelt sich ja hierbei jetzt um das ue x 23 schmierer das ue x 32 vd welches teilweise aus kunststoff und teilweise aus aluminium besteht bestehen soll und das kunststoff ist ist mit aluminium überzogen beziehungsweise beschichtet und fühlt sich dadurch an wie aluminium tut der sache überhaupt kein abbruch fühlt sich top an fühlt sich top an wirklich bei den zinkpads hat man irgendwie immer so dieses gefühl ja ich habe das notebook damit kann ich jetzt die nägel in die wand hauen das hat man bei denen nicht das mag jetzt dadurch sein weil sich das ja aluminium fühlt sich anders an als gummierte kunststoffoberfläche oder magnesiumoberfläche und dadurch also man bekommt irgendwie diesen empfindlichen er also man denkt also man assoziiert es gleich dass das aluminium empfindlicher ist deswegen denke ich mal kommt dieses gefühl in bin ich auch jetzt mal wieder an kann man ein bisschen hoch ja also verarbeitung ist absolut spitzenklasse meiner meinung nach touchpad touchpad ist super besteht glaube ich soweit ich das weiß aus glas fühlt sich immer top an man hat es nicht irgendwie das jetzt nach einer zeit oder nach zwei drei stunden man hat ein bisschen schwitzigere finger dass sich das hier geschmiert also nein das fühlt sich immer absolut top an und klicken ist auch super was ich mittlerweile gewohnt bin absolut gewohnt bin mal jopa mama aber jetzt notebook versuche ich es jeden fall aber es geht nicht zwei finger runter scrollen drei finger zurück gestensteuerung ist auch hier zum beispiel e mail programm jetzt habe ich hier jetzt gerade die app von tom's software auf dieses immer hin und her springen absolut super also gestensteuerung geht unter windows 8 schon bedingt bzw mit diesem touchpad treiber schon top also touchpad gibt es fast nicht zu meckern hat ein paar winzige anomalien irgendwie so beim klicken finde ich das ist dann irgendwie ist jetzt hat er das markiert aber warum und jetzt möchte ich wegklicken und dann dauert das irgendwie da verstehe ich nicht ich da sage ich mir ich habe doch jetzt gar nicht geklickt warum klickt er jetzt das kommt aber äußerst äußerst selten vor und ich würde sagen mit ein bisschen besser treiber baugeschichte jetzt hier also drei ich meine ein bisschen analyse was das vielleicht macht wenn die das fixen nehme ich fast an kommt jetzt nicht so häufig vor dass ich sage boah das stört mich jetzt aber so nein es kommt vielleicht einmal am tag wenn überhaupt vor ich habe das jetzt schon seit neun tagen glaube ich ja seit neun tagen kam jetzt vielleicht eine handvoll mal vor so was ist weiterhin gut die tastatur ist super es wurde zwar immer gesagt ja das bieten durch und das merkt man ja das biegt durch das hatte ich auch schon gezeigt in einem video eindrücke und rundgang und 42 minuten leute ein bisschen höheres längeres sieger er finde ich zum tippen absolut angenehm schön also man fliegt fast also nach ein ich habe das jetzt durchgängig benutzt mein zink verteidigt gar nicht an den monitor den man hier hinten sieht hatte ich jetzt also okay sieht man jetzt nicht aber hier hinter ist der monitor den hatte ich jetzt auch nicht mehr in betrieb ich habe wirklich nur dieses notebook benutzt und das ist super zum tippen so war ich jetzt stehen geblieben ja das ist das ist top zum tippen kann ich ja wie soll ich sagen besser als das von meinem hp notebook auf jeden fall besser als auch von meinem x40 etwas schlechter als auf dem x220 ibm hat aber eigentlich also ibms kapital ist ja fast sie die tastatur die die haben obwohl es ja jetzt auch beim 230er zu schickle tasten umgebaut wurde das so finde ich gut also kann ich mich konnte ich mich relativ schnell damit anfreunden die tasten sind natürlich etwas anders angeordnet also jetzt nicht anders angeordnet ist jetzt ich denke mal verstehe also zum beispiel fall das sind mir persönlich etwas zu klein aber man kann sich damit anfreunden tasten abstand ist glaube ich auch etwas anders als beim sinkpad aber ist okay finde ich super die hintergrundbeleuchtung ist auch okay oder auch gut ist gleichmäßig ausgeleuchtet dieses rausscheinen des lichts ich weiß gar nicht ob das beabsichtigt also an den rändern das rausscheinen des lichts sieht man jetzt hier nicht ist ja auch aus kennt man denke ich mal da weiß ich nicht ob das beabsichtigt ist oder oder nicht ich finde es persönlich nicht so schön könnte man vielleicht seitens also ein bisschen noch mal ansetzen sonst wenn ich dann nicht aber es ist kein kein dollar kritikpunkt ja weiter also das gehäuse so weit ich noch mal zum gehäuse vielleicht ist gebürstet bzw hier auch also den deckel aus es gebürstet und danach noch leicht eloxiert der durchsäurens kratzer an vorbeugen also sonst wäre wenn es nur gebürstet wäre könnte ich mit dem fingernagel lang gehen und der kratzer wäre drin aber das haben die das ist gebürstet und leicht eloxiert ja so zu den ganzen lichtereien nenne ich es jetzt einfach mal so tastatur leuchtet weiß wlan key leuchtet weiß ausschalter leuchtet weiß seitliche led die signalisiert standby bis angeschaltet leuchtet weiß was jedoch nicht weiß leuchtet dazu nehme ich mal den lan fort hier raus ist ich habe jetzt leider kein suchen für vielleicht sieht man das hier der kollege leuchtet grün das ist auch okay schöner wäre jetzt weiß also um sozusagen das netz sein bzw der stecker leuchtet orange wenn er lädt und er leuchtet grün wenn er voll ist jetzt frage ich mich warum das sein musste orange finde ich gut aber warum muss er dann grün leuchten wenn er voll ist ich meine man hätte so signalisieren können orange er lädt und aus also es leuchtet nichts und er ist voll dieses grüne diese grüne led also sie ist beidseitig finde ich gut man fühlt sie auch echt nicht passen ihn nicht rein sie stört irgendwie dieses bild also es vielleicht entweder ganz weglassen wenn die kiste voll ist dann würde ich sie gar nicht leuchten lassen in dieser led und ja wenn lädt kann so orange leuchten das stört er nicht also es ist keine led muss man von vornherein sagen keine led scheint hier denn sie leuchten alle nur scheine und leuchten ich denke mal jeder kennt sogar den unterschied billige festplatten gehäuse scheinen sie leuchten fast das zimmer aus in absolut grellen blautönen oder orange oder wie auch immer diese leds leuchten und man hält den finger drüber man sieht kein licht also man die finger wird nicht grün oder er wird weiß und so sondern man sieht sozusagen nur diesen punkt dort leuchten oder hier den punkt leuchten und so weiter finde ich super so muss er sein keine hellen leds sondern nur sie leuchten ja also das bemängel ich irgendwie netzteil ja das passt ja nicht rein dass die die kiste grün leuchtet ähnliches beim lana adapter ich habe den geziener in der folie drin weil ich nehme jetzt über an dass er glossy ist beidseitig also stecker usb stecker wie auch lana adapter als solche ich werde noch ja ich kritisier jetzt mal die laner adapter durch sage ich mal ne laner adapter als solcher ist ein gutes gimmick gegen ist gut ist was essentiell für mich ist es so also ich ein notebook an dem ich kann laner adapter nutzen könnte zum glück gibt es sowas mittlerweile ist es eigentlich schon schade oder traurig dass man laner adapter braucht aber da gibt es jetzt einige sachen der laner adapter als solche ist usb 2 und 100 mbit ist von der firma a6 glaube ich a6 ja kleiner tipp am rande die treiber auf der a6 seite installieren diesen neuen als sie auf der asus seite so und dieser laner adapter ist eben der usb port schafft nehmen wir jetzt mal overhead und so alles rechnen wir mit ein schafft er 30 35 megabyte das schafft er usb 2 jetzt schafft ein 100 mbit lan port schafft 12 megabyte overhead nehmen wir auch mal raus und so weiter sagen wir mal 10 reale 11 reale megabyte ja jetzt hätte man die firma selber ich habe mich ein bisschen informiert die firma selber bietet einen usb 2 gigabit chip an gleiche spezifikation sogar fast damit hätte man den flaschenhals auf den usb port gelegt und nicht auf den lan port so hätte man wenigstens schon mal 30 megabyte nutzen können und nicht nur 10 weil jetzt 100 mbit die bieten aber auch einen usb 3 gigabit chip an und damit hätte man gigabit nutzen können in einer theorie also theoretisch gigabit auf jeden fall mehr als 30 megabyte nutzen können finde ich schade also was ich hier wirklich also sagen würde schön dass er beigelegt hat aber hier jetzt bitte gigabit chip rein okay usb 2 würde reichen es ist aber schöner wenn er da jetzt doch richtig vollwertigen gigabit support einbaut selber noch zu erwähnen ist der usb adapter ist px e fähig das ist gut man kann damit jetzt also booten also übers netzwerk booten top weg online hat er jetzt nicht so weit ich das was muss man aber noch mal schauen habe ich jetzt auch nicht ausprobiert aber ich meine ich habe da jetzt kein weg online irgendwie zu doll gefunden ja glossy warum glossy auch wenn jetzt hier in der folie also die folie bitte nicht umsonst so sein der ist glossy also keine glossy adapter alles matt machen die sieht länger schöner aus also ist es wirklich so lieber matt machen es sieht dafür länger schöner aus als einmal kurz schön also auspacken und nach drei tagen sagt man sich scheiße wie sieht das teile aus ist einfach blöd länger schöner aussehen ist besser ihr habt das quasi auch leicht eloxiert und nicht nur gebürstet dann ist hier auf der rückseite ist eine led die den lan status angibt also ob daten gesendet werden oder nicht finde ich super daumen hoch dafür also richtig top hätte ich nicht erwartet ich bin einer der gerne weiß sozusagen wenn ich jetzt aktivität sehr und nicht led solltet ihr eine neue version davon aufbauen oder das denke ich mal das werdet ihr lanadapter beilegen auf jeden fall wenn ihr keinen einbaut müsst ihr einen beilegen auf jeden fall gigabit sollte er sein und die led muss drin sein diese led stört mich jetzt aber wieder von der farbe sie leuchtet auch grün diese typische lan leds ich glaube ihr kennt sie macht sie bitte weiß passt besser also passt einfach besser zum gesamtbild genau das gleiche wie ich jetzt hier bemängeln mit dem mit dem netzer sonst ist es ist er top der wird hand warm aber ist okay ist ja eine aktive lan komponente jetzt mal weiter zum zum netzer das werde ich jetzt nicht hochholen das netzteil ist glossy es ist ein glossy netzteil modular aufgebaut dass man keine stecker rausnehmen ist es ein ein wall brick glaube ich so nennt sich es teilweise im englischen wie man so schön sagt also man kann es in die wand reinstecken direkt oder eben per zwei poligen kabel anstecken so dass es auf dem boden liegt auf diesem netzteil befindet sich der windows key das weiß ich nicht ob das so schön sinnvoll ist die microsoft macht zwar die vorgabe dass das irgendwie dass dieser key vorhanden sein muss auf dem gerät aber ich empfinde es nicht gut also einerseits finde ich das scheiße also wirklich schlecht dass dieses teil wieder glossy ist das gleiche wie beim lan adapter und auch beim vg adapter glossy ist blöd gerade beim netzteil das ding sieht aus ich habe das sogar ausgepackt aus der folie und war schon verkratzt und ich würde jetzt sagen ich habe nicht die rosten hände als informatiker also macht es matt kommt ein schein die netzer war auch kein mensch macht es mal sieht länger besser aus ja 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 was geht es weiter ja sound sound bei diesem notebook ist absolut top habe ich auch ein extra video gemacht und versucht einzufangen ich das ist mir jetzt glaube ich nicht ganz so gut gelungen aber man kann sich ein bild davon machen sound ist top super leute also ich habe zwar ein avr aber ich hatte das notebook jetzt nicht da dran geschlossen ich wollte es echt hören und ich war echt zufrieden mit dem ton natürlich richtige lautsprecher bieten besseren ton vollkommen klar aber für ein laptop ist das echt super 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 klang und ich war wenn wir mehr zum tonen will da guckt sich das extra video an display auch hier habe ich ein extra video zu gemacht display ist top farben klasse also wenn ihr das teil noch mal baut baut nur ein besseres display ein nicht schlechter oder das gleiche farben sind absolut top auflösung top full hd ginge noch höher ginge noch höher das 11 zoll nämlich auch von hd das ist das 13,3 zoll also wenn ihr von mir aus die gleiche pixel per inch hinkriegt wie beim 11 zoll beim 13 zoll auch wäre für euch noch dankbarer aber auflösung ist vollkommen super in ordnung ich habe im hintergrund einen 30 zoll monitor und als ich den mal zwischendurch anhatte also als ich versucht habe das gerät an 30 zoll anzuschließen kam auf einmal alles total grobkörnig vor also display gefällt absolut was hatte das nachteil was gefällt beim display nicht und das ist nämlich das bleeding beziehungsweise das ausbluten an den ecken ist ein led hintergrund beleuchtetes display ein ips übrigens als technische informationen hat aber hier immer wieder also hier sehe ich es ziemlich stark jetzt gerade nicht manchmal auch ausblutung oben auch also man sieht es eigentlich oben und unten an den rändern in der mitte wird es schwächer an den rändern stärker das bluten da bin ich nicht nur der einzige der das jetzt nicht nur kritisiert oder bemerkt sondern es gibt sehr viele leute und viele sagen ja dann kauf ich es nicht schade also vielleicht darauf noch ein bisschen mehr achten wenn das notebook also wenn ihr das bluten verhindern könnte indem ihr das notebook millimeter dicker macht sag ich mal denn jetzt so gesagt macht es lieber zentimeter zentimeter millimeter oder zwei dicker dafür kann bluten das würde echt noch super sein also würde dem noch fast die krone aufsetzen diesem display das display ist echt ein traum also muss er sein so muss er sein eigentlich ja 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 dann hatte ich schon beim rundgang mich sehr darüber philosophiert wie man auch will warum das zeit kein mini display port hat was ich gut finde es hat einen vollwertigen hdmi das ist super ich bin kein fan von diesem ganzen mini zeug mittlerweile die mini 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 hier kommt das 13 oder hat glaube ich micro hdmi den kann irgendwie nicht vorstellen wenn ein kabel das ein bisschen also das dick ist wie ein kleiner finger und dann einen micro hdmi das muss eine unglaublich instabile konstruktion also kommt bauten vollwertigen vollwertigen hdmi ein super habt ihr beim 32 vd auch richtig gemacht finde ich top ja was nicht top ist ihr habt ein mini vg eingebaut warum baut asus einen mini vg ein das gab es dann die die leute gesagt haben ja mini vga in der uni da hat man ja ich hab's über den natürlich gerade hier gleich auch noch ein paar worte zu den taschen die dabei sind ich hab's ja der ist übrigens auch glossy sieht aus wie ein mini display port ich will diesen über diesen mini vg eigentlich nicht mehr weiter erzählen da könnt ihr euch im rundgang video so gegen ende glaube ich erzähle ich darüber beschwadroniere ich darüber zehn minuten ganz bestimmt jeder sieht wie meine kamera doch ein bisschen zu warm geworden ist das mittendrin aufgehört naja abgebrochen so um ja nochmal also hdmi top leider nur singeling das wollte ich sagen vga raus da wird mir die display port rein leute also wenn ihr das macht in der nächsten generation dann reiße ich euch das nur beweglich aus der hand also ich hab's echt lieben gelernt ja so was habe ich noch zu kritisieren etwas genau der audio port es ist ein single das ist eine buchse hat sich ja irgendwie so eingebürgert also man kann kein stereo aufnehmen es ist kein line in leider hier ist was los genau beim audio port war ich der audio port dann ist single also kein stereo aufnahme dafür stereo wiedergabe natürlich und leider nur analog das sehr wir sind warum nicht also das ist eine realtex soundkarte drin top klingt komisch ne man freut sich über eine realtex soundkarte ja aber ich habe schon schlechteres gesehen ich hätte schon wieder soundkarten jetzt in laptops und im axel im ibm lenovo so verbaut connexand glaube ich heißen die ja soundchips und eine connexand ist ja treiber support absolut für die buchse da muss man immer auf lenovo warten was noch nicht schlimm ist aber die bieten relativ wenig features so ziemlich gar keine nämlich einfach nur stereo ausgabe und natürlich auch genauso ähnlich jetzt wie das asus es wäre nämlich schön wenn über diesen audio port was die realtex soundkarten können also ich erzähle jetzt keinen unfug was ich mir irgendwann mal zusammengespann habe nein die realtex soundkarten können über einen und denselben audio port digitale ausgabe machen das erkennt man beziehungsweise man kann selber einstellen also hätte ich gerne ein spdiff ob der nun optisch ist oder wir also tosslink oder wenn es ein anderer koaxial geht das ist eine andere sache von mir aus auch nur koaxial das reicht vollkommen aber ich habe eine xona externe soundkarte von asus weil man ibm lenovo kann es ja nicht und da ist in dem 3,5 mm klinkenstecker ist hinten noch eine led drin und in die kann man einen kohlenstoffadapter reinstecken in dem man dann das torskabel reinsteckt keine schlechte idee stelle ich mir jetzt für notdruck ein bisschen praktisch vor also optisch muss nicht sein wie man es jetzt macht hauptsache es ist finde ich also hauptsache da kommt ein digitaler ausgang drüber weil ich habe das notebook gerne auch als ersatz also ich habe gerne ein gutes teil mit aber ich habe ich will hier nicht noch extra ein rechner stehen haben dann und deswegen habe ich dann hätte ich es dann gerne an meinem avr angeschlossen es kann man sagen du hast auch hdmi und es ist alles ein bisschen kompliziert über mir will ich jetzt weiter erklären theoretisch habt ihr recht ja hdmi da kann man den ton rüber senden ist auch okay so sollte sein bitte noch zusätzlich vielleicht den sound also den 3,5 mm digital schalten stop wenn es sogar per treiber update geht dann macht es im nachhinein mit dem treiber update so ja was habe ich noch genau lüfter ich habe jetzt hier schon das aktuelle bios drauf 206 das sieht man auch in meinem bios video 206 nennt es jetzt mal 206 standmäßig ist es mit 203 ausgeliefert crowdmaster aus dem computerbase forum hat wohl schon eine inoffizielle 207er version es ist so dass der also das sind jetzt hier im ux 32 vd sind ja zwei lüfter drin wegen gpu also ist ja noch eine nvidia gpu mit drin und irgendwie ist das lüfter verhalten doch ein bisschen wie soll man sagen aggressiv schon bei kleinen tätigkeiten dreht der lüfter hoch jetzt ist er lautlos sobald ich den browser öffnen nur das öffnen und das darstellen der internetseite dreht der lüfter hoch es jetzt beide sind oder nur einer von beiden oder beide synchron weiß ich nicht es dreht auf jeden fall hoch ähnliches verhalten beim 203er festgestellt meiner meinung nach ist nicht ganz so schlimm auf jeden fall es geht besser leute 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 das gleiche problem ähnliches problem beim lenovo notebook x220 ich werde denke ich mal lenovo nicht mehr so weiterempfehlen können das lüfter verhalten ist absolut für die katz die kühlung ist total unterdimensioniert x serie x serie nicht die t oder w oder er gibt es ja nicht mehr wie heißt die andere weiß ich nicht ich glaube l ne hier ist es viel viel besser als bei den lenovo wirklich viel besser lenovo verbaut hier in dem kleinen in 35 watt tdb prozessor und hier in den 17 watt ulv verbaut alles aus hier also ultra low voltage und schon besser also hier kommt die kühlung viel viel besser mit klar die lüfter geräusche sind nicht unangenehm muss man nicht sagen sie sind viel angenehmer als es was lenovo versucht abzuliefern muss man nicht sagen ich bin so dermaßen enttäuscht davon und das ist auch das was mich am meisten ärgert bei diesem notebook lüfter springen an guckst du machst ein spiel und so weiter ist egal ja vollkommen egal es stört mich bei einem film hat der film ruhige stelle der lüfter bläst die ganze zeit von der seite irgendwelche luft rein und dann ist das bei lenovo noch ein ultra hochfrequenter ton und es stört so der maß nein 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 ich habe auch schon das übrigens tool tdp ähm syncpad fan control so ist auf dem lenovo drauf also der ist schon besser ähm asus hat hier viel besseres kühlkonzept ja lüfter ist immer noch zu laut geht besser das liegt nicht daran dass die kühlung unterdimensioniert ist sondern dass der lüfter einfach viel zu schnell anspringt und schon ab temperaturen von knapp über 30 grad möchte ich fast sagen also lieber anspringen lassen sozusagen 50 grad von mir aus auch wärmer und dann erstmal laufen lassen bis er dann irgendwie eine gewisse temperatur erreicht hat jetzt kommt es irgendwie so ich sag jetzt mal springt bei 40 grad an springt an kühlt ihn gerade wieder unter 40 grad dann kommt der prozessor wieder auf 40 grad und springt wieder an und es ist einfach ein komisches verhalten also das muss besser werden und da arbeitet asus wohl auch gerade dran also an dem inoffiziellen bios was krautmaster hat schon zugeschickt bekommen hat für das 31er ich denke mal das wird ja ähnlich sein also es dürfte auch heute kommen wird verbessert also da arbeiten wir wohl dran super weil manche leute sind ja echt von enttäuscht von diesem von den kühlgeräuschen und haben das echt wieder zurückgeschickt ich habe kein apple notebook nie eins besessen ja weiß ich nicht wie da die kühlung ist aber da schreien wohl auch manche das ist nicht so perfekt sein so ja ja also wie gesagt warum kaufe ich es nicht ich habe es gekauft ich habe es hier stehen dass ich habe 1100 euro davor ausgegeben ja warum behalte ich es nicht so gesagt mir fehlt der displayport mein monitor wird per displayport angesteuert und dann nur noch über dual link dvi andere möglichkeit besteht nicht beides bietet dieses notebook nicht beziehungsweise kann es nicht bieten ich habe es ausprobiert ja damit muss es wieder zurück entweder ich warte jetzt in generation also es kommt schnell damit mit der nächsten generation oder ich muss auf eine andere firma zurückgreifen die displayport bietet und ich denke mal ihr kennt alle die firma die mini die nicht nur mini sondern sowieso displayport anbietet ok was da fällt mir aber noch was ein ein paar mehr einstellungen zum beispiel temperatur ob also es muss nicht eine temperaturschaltung da drin sind dass man jetzt sagt ja hier auf 49 grad runterkühlen so weiter sondern vielleicht eine kühlung zu von wegen aggressiv moderat und quiet sag ich mal dass man selber einstellen kann wie warm soll das notebook sein und sowas alles also wenn jetzt wenn man einen quiet mode gestellt hat das dann weiß man das ist ein bisschen wärmer wird dafür ist die kühlung leise und so weiter so fort sowas wäre schön genau da muss ich nämlich jetzt komme ich zu den eigentlichen abschließenden worten das hatte ich im forum schon mal bei computer was gesagt also sie hat ein notebook für die nur zu für die geeks gebaut sage ich jetzt mal ihr habt ein top display reingebaut eine gute tastatur hintergrund beleuchtet geile auflösung das ist das was sich die leute die sich damit auskennen wünschen das ist auch das was sich die leute die sich nicht damit auskennen wünschen nur nicht wissen wie sie es beschreiben sollen sage ich mal wenn ich das jetzt meiner mutter ich habe es meiner mutter gezeichnet das bild ist gut natürlich sie kann es nicht in worte fassen warum das bild besser ist sie kennt solche techniken wie ips oder full hd nicht wenn man es als technik bezeichnen will ähm wie sie sagt es ist mir besser es wünscht sich jeder ein gutes gerät ihr habt jetzt ein gerät gebaut das ein das mattiert ist super es ist mattiert apple bietet sowas nicht mehr an wahrscheinlich in den neuen geräten die neuen macbook erst werden das nicht haben die alten haben sie jetzt auch nicht schon nicht die pros wahrscheinlich gar nicht mehr mattiert perfekt das ist super gute tastatur sehr gutes touchbit ich habe erst dachte ich ja okay ich werde mein trackpoint vermissen nein vermisse ich nicht ich vermisse sogar teilweise nicht nur meine maus ich habe hier keine maus angeschlossen ihr habt ein gerät wirklich für den typen gebaut der sich auskennt und der sich nicht auskennt ich bin ich zähle mich sehr zu den typen die sich auskennen was fehlen mir ja mir fehlt alarm port technisch ist es möglich sony verbaut sowas im barrio z schon in den älteren barrios und samsung auch ausklappbare land port ihr habt jetzt ein sleek design sei ich jetzt mal gebaut wenn ich den laner adapter aber daneben halten ist er weitaus niedriger beziehungsweise ist er niedriger als euer gerät sozusagen ein land port passt rein ausklappbar aber er würde reinpassen ja wenn das gerät sydler baut okay kann ich verschmerzen legt diesen land port aber immer land adapter immer dabei damit kann ich leben sag ich mal damit kann jeder andere auch leben mit vga kann ich nicht mehr leben ich denke mal darüber werde ich nicht mehr weiter zu reden kommen sozusagen für mich ist das irgendwie so ihr beziehungsweise asus hat auf der halben strecke ja gesagt okay das reicht jetzt halbe strecke haben wir die anderen sind also holen uns jetzt erstmal nicht an mit der aktuellen generation diese release haben deno wo nein holt sie nicht ein ganz bestimmt nicht die auflösung ist für die buchse also ich verstehe nicht wie man darauf arbeiten will texte schreiben ja okay aber ich bin nicht schreibe ich bin systemadministrator nicht mehr als drei fenster auf gleichzeitig ich muss sowas sehen zusätzlich mache ich auch noch hobby mäßig foto bearbeitung nicht foto bearbeitung sondern ich fotografiere sehr viel und da möchte ich ein display haben was richtig was taugt und das hat asus geliefert ja top ton ich auch gesagt top aber irgendwie so einige sachen die fehlen irgendwie warum fehlt der displayport nein warum ja der lan von mir aus auch okay kann man leben mit diesem kompromiss sage ich jetzt mal also will ich jetzt nicht weiter markieren aber eben da geht noch mehr und von mir aus auch noch an der auflösung noch mehr reinschrauben ich meine wenn die leute sagen ah nee das wird zu klein ja dann schrauben sie einfach höher die ich glaube sogar vom haus aus ist das auf 125 prozent hochgestellt apple ist es in dem neuen retina macbook pro auf 150 prozent sogar hochstellen wenn man wenn das installiert ja also da geht noch mehr nicht auf den law werden ausruhen auf jeden fall nicht soll also also es hat ein gerät gebaut das gut ist aber nur weil die anderen hersteller so schlecht sind in dem preissegment in dem preissegment wohl gesagt ich glaube nämlich also ich habe jetzt so nichts gesehen und von preis also sagen wir jetzt mal price range von 1000 bis 1200 euro habe ich keine geräte gesehen die mit dem asus notebook müde halten können die punkte die ich jetzt hier bemängelt habe da kann jeder für sich sagen in seinem eigenen kopf ok dem mäßig so und so viel priorität bei oder so und so viel gewicht für mich zum beispiel ist der mini der der display port wenn er fehlt dann ist es für mich unbrauchbar da sagt naja komm display port brauche ich gar nicht naja jeder für sich ja also bitte nicht aufhören sony zum beispiel mit das aktuelle vario z wohl noch ein besseres display wohl noch besser verarbeitet kostet aber gleich eine ganze schachtel mehr geld und dem will auch wieder der mini display port ja und wenn man dann auch weiterguckt ja dann kommt ich vernehme jetzt mal das aktuelle macbook pro mit dem retina display 2200 euro einstiegspreis glaube sogar noch ein bisschen mehr 15 zoll dafür 15 zoll notebook ist mir persönlich zu groß ja und wenn man da ist ja jetzt mal man baut sich selber die checklist im kopf zusammen was ein notebook für sich haben soll oder für ein haben und dann geht man ab ja also ich persönlich ja ein super display check mini display port check sogar zweimal sogar ein hdmi zusätzlich check check geiles touchpad check gute tastatur ja passt nur zu groß und zu teuer wenn man so will also preis ist gut auch angesetzt von mir auch noch 100 euro mehr wäre ich auch noch bereit zu zahlen hört also nicht auf der halben strecke auf asus geht noch ein bisschen weiter ja der arbeitsspeicher ist übrigens auch zur hälfte verlötet ausgeliefert wird das gerät mit zwei quatsch mit vier und ich glaube sogar zwei gigabyte zwei gigabyte sind fest verlötet ist 1600er speicher gut also kein 1033 oder 1066 1333 meine ich ist fest verlötet wäre mir jetzt lieber wenn man zwei module muss nicht sein aber ist okay also man kann ihn austauschen ein module ist fest gesteckt also ist gesteckt und man kann es austauschen was ich besitzt gemerkt habe ist dass es ich hatte 1600er von korsair nachgekauft eingesteckt und er wird nur als 1333 erkannt und wird natürlich das alles runtergezogen dadurch mit die interne grafikeinheit ausgebremst signifikant aber okay es ist eine extra grafikeinheit drin wäre unschön gut ist auch sehr gut also ich muss echt sagen die geräte heute hier drüber habe ich bin dann sehr gut so viel von geräte hoheit geräte hoheit meine ich hey ich habe das gerät ich kann es auseinander nehmen ich kann es auch reparieren ich kenne mich aus sage ich mal ich kann ich habe nicht nur ein notebook repariert in meinem leben und ich habe ich kann die festplatte austauschen top also eine sieben millimeter festplatte kann man ein oder ausbauen bringt dieses gerät noch einmal raus nur mit dem refresh und displayport ich werde sofort kaufen das ist das notebook mit dem ich bis jetzt am zufriedensten war ja und dann verbessert noch ein paar sachen die vielleicht auch noch ein bisschen markiert habe und ihr kriegt eine krone das ist ich weiß nicht meiner meinung nach kann er kein macbook er mithalten weil das sind verspiegelte displays hier sieht man auch gleich spiegelung drin aber naja okay hat ja alles ein bisschen nur deshalb können sich leute leisten komplett mattiert zu sein also deshalb monitore naja und absolut zufrieden eigentlich ich weine dem hinterher dass ich es abgeben muss bzw abgeben werde ihr habt habt damit fast ein denkmal gesetzt wenn ihr da jetzt echt noch ein paar sachen macht wo man hier noch der kniff oder da noch ein bisschen also guckt euch die foren an zum computerbass das sind mittlerweile 41 seiten darüber geschrieben und ich habe bestimmt auch von zwei geschrieben quatsch zwei wenn es nur zwei sind fast fünf naja und da wird geschrieben von vielen leuten was sie bemängeln was sie sehr gut finden und so weiter und es sind nicht viele dabei die etwas bemängeln das muss man echt sagen es sind sehr viele leute dabei dies die absolut zufrieden damit sind so wie ich auch nur mir fehlt eben ein anschluss ja bei manchen ist es also es gibt sozusagen was jetzt rausgeführt habe wo die leute meist oder was die leute am meisten schön ist das bleeding am desktop mich hat es jetzt gar nicht so sehr gestört muss ich sagen ich habe es gesehen aber ich gucke sowieso keine filme auf dem 13 zoll monitor von der hat es mich jetzt nicht so gestört bei der foto bearbeitung und so weiter hatte ich sowieso irgendwie gerade an dieser stelle das interface also hat es mich jetzt auch nicht so steht es jetzt also stellt euch jetzt irgendwelche horrorgeschichten vor also ich habe auch ein video das display gemacht und da ist es fällt es glaube ich gar nicht auf oder kaum auf und die lüftergeräusche das sind die zwei sachen die leute bis jetzt am meisten stören ich bin der einzige dem der displayport ne quatsch der einzige also ich bin einer von dreien bis jetzt der displayport der fehlende displayport stört weil es gibt auch leute mit dem 3d monitor und mit einem monitor 27 zoll monitor oder 30 zoll monitor die sind irgendwie jetzt aus dem raster gefallen also baut nicht ein notebook für den consumer asus für den ich sage jetzt mal für den dumm consumer sondern ihr habt ein notebook gebaut für den nerd für den geek und jetzt baut noch die fehlenden sachen ein ach ja was noch vielleicht ein e-sater p aber das ist egal ich glaube das interessiert auch kaum noch ein e-sater p ist zwar ein schöner anschluss aber ich denke mal das werde ich also ist es nicht realistisch das hier drin zu sehen es wäre super wenn er hier drin wäre dann werde ich wahrscheinlich nicht sehen ja das war's mir fällt nichts mehr ein was ich sagen könnte ach ja taschen 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 also es gibt zwei taschen dazu einmal fürs notebook einmal für die adapter top teile ich hoffe mal der fokussiert kollege kollege fokussiert top teile ja finde ich super also ja also es ist also wie gesagt spart nicht an dem was ihr jetzt gemacht habt sondern legt noch einen oben drauf das vielleicht als abschlusswort also macht es nur noch besser das was ihr jetzt gemacht habt ist schon fast perfekt ja ich melde mich ab